Da bin ich zugegangen und habe gesagt, die Österreichs letzte Mal bei einer Fußball-WM dabei war, da haben die Spatzel noch die Jäger geschossen. Klaus? Servus, Maxl. Servus, aber die Jäger, tu das Handy ein bisschen im Gesicht, du kriegst hier in deine Nase rein. Oh, Entschuldigung, passt schon. Ja, passt besser. Ah, gut. Da, Maxl, ich hätte eine coole Sache vor. Wenn du schon in Weihnachtsstimmung bist, ich brauche einen Weihnachtsmann für den Teamspar-Aufbau ausgelöst. Ein Weihnachtsmann, da muss ich nachdenken drüber gleich. Passt, okay, ausnahmsweise, wohl gern, da habe ich eine Vorlage drin. Okay, gut, dann machen wir uns was aus, noch einen Schmerz für das Ganze, freu mich, danke dir, mach's gut, tschau. Klaus, Servus. Mama, haben wir das Nikolaus-Kostüm von Papa damals? Gut, ich brauche es. Ich hätte gesagt, dass es einmal darum, okay? Passt. Passt, danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018